Das ist das kürzeste F***ing-Thing, ich hab' in meinem ganzen Leben gesehen. Glaubst du, die werden... Ne, mach ich nicht. Ich meine, du hast ja gesehen, mit diesen 50 Leuten haben wir sogar durch eine Steinwand gepickaxzt. Digger. Hallo. Ich kann jetzt jetzt noch accesses zu den TLC. Zu den TLC? Gib mir accesses zu den TLC, ich brauche sie zu sehen. Ich brauche sie zu sehen. Ich brauche sie zu sehen, die Konten des Servers zu sehen. Ich brauche sie zu sehen. Ich brauche sie zu sehen. Ich will, ich will. Ah, ok, ok. Ah, ja, ja, geil. Bring schon mal. Ja, bring einfach nach Hause. Ok. Ich habe hier eine Lieferung für sie. Aber wir sind ja noch gar nicht richtig drin. Wir sind noch nicht drin, sagt der Felix. Und ich glaubte ihm. Ich warte wie jeder andere. Ich brauche den. Ich komme hier raus. Naja. Schießt du da noch die? Ja. Die haben nur DBs, die haben nur DBs. Doppel Parrel. Komm den nicht zu nah, komm den nicht zu nah. Die haben nur Schrott für einen. Ja, geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Warum? Der hat DB. Der hat wirklich nur DB, ey. Einfach nicht zu nah kommen und wir haben eine Chance gegen die. Einfach nicht zu nah kommen. Ok, jetzt hat er auch einen Bogen gemacht. Ich hau ab. Ok, hier ist eine Basis, die wir wahrscheinlich kaputt machen könnten. Ah, das sieht nur nach einer Witzbasis aus. Wieso? Weil das einfach die nur aus Türen besteht. Ah ne, die ist sogar nur Thatch. Ich glaub, da mach ich gleich mal Case Opening. Ach cool. Ich bin sowieso tot, Alter. Oh mein Gott, wehgestorben ist aber richtig viel fallen lassen. Schade nur, dass ich nichts zu essen habe und ich sterben werde. Hier ist wer. Oh oh. Das bin ich. Echt? Ok. Das ist doch Schrott, Junge. Ja, das kann man einfach zerschießen, pass auf. Hallo. So f*** ist das. Ich denke, dass die eine... Very nice. Wow, Alter. Barbecue, Alter. The Barbie. Warte, ich guck, ich lass einfach mal durch die Löcher reingucken. Wohl, ich schieß auf. Authorized. Das ist jetzt unser Haus. Oh, doch. Ein bisschen Eisen. Gönnung ist geschehen. Ja, da hinten ist ja noch was. Ja. Oh, ich häng fest. Ich häng fest. Du hast mich so reingeschoben, dass ich nicht mehr rauskomme. Ich hab dich nicht reingeschoben. Oh, für der Scheiße hier. Oh. Weißt du das? Ja. Okay. Ich bin grad am rausräumen. The Thompson. Oh. Geil, lass die mal recyceln, da kriegen wir, glaube ich, ein SMG-Buddy. Niemand, der denkt. Please. Please. Ja. Let me out. Bei unseren Dungeon. Wer hätten den da eigentlich als Haus überhalten sollen? Ich glaub, wir auch immer hier gefarmt haben. Hier baut jemand seine Anfangs-Base. Was wollen wir machen? Wo wollen wir gute kommen? Wir sind mal gute Nachbarn. Hallo, Freund. Are you friendly or do you want to fight? Seems to be the second. Kill ihn. Ja, kündig es noch an. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Don't shoot, don't shoot. Don't shoot, don't shoot. Don't shoot. You wanna live here, yes? We can be friendly. We can be friends. Angles, go friends. We are neighbors, okay? Go friends. We are neighbors. Put down the ball. We also put down the ball. We also put down the ball. We also put down the ball. Put down the ball. Put down the ball. Put down the mask. It's fine. Look, we live over there. We are friends, okay? Stop. Stop. Yes, yes. We are friends. Lass ihn später reden, wenn die Bans auch über das, ja? Joa. 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 Lassen wir da fett shoppen gehen. Er nimmt uns die Ressourcen hier weg, Felix. Wir können ihn hier nicht stehen lassen, so oder so. Ich steh nicht auf, ich steh nicht auf, ich steh nicht auf. Ich steh nicht auf, Junge. Ich steh doch nicht auf, halt die Fresse! Okay, doch, ich hab noch genug. Warte. Lock ihn mal zu uns hier. Salam. Yes, we are a casino. Would you like to spin the wheel of fortune? Okay, wir sagen, eins ist tot und zwei ist Leben. Okay. Hello, friend. Yes. Ne, erklär es ihm nicht, erklär es ihm nicht. You can have one or two. But you can only spin one time, okay? Was war das? Zwei war Leben? Yes. Yes, yes, yes. Let's see. Look, we live over there. We are friends, okay? Look, we live over there. Oh, oh, lecker essen. Okay, wir machen ihn weg, Alter. Queer League, der hätte seinen Boden nicht geagraded, was für ein Armer, Dieb. Er ist auch direkt hier dieb geben. Oh, oh. Junge, bist du ein Arsch? Er hatte halt gar nichts, er hatte nichts. Doch! Zu den Kills, der hat gelogen, der hat übelst von Kassier. Da schießt du doch nicht die Basis, Junge. Fück der mit dir. Mach dich raus. Okay, jetzt fühle ich mich leer im Inneren. Der hat hier spitz platziert, das ist das, was mich dazu auch gebracht hat, Alter. Der hat hier einfach spitz platziert. Nein, ist das nicht, Junge, der hätte irgendwo wohnen können, auf dich selbst anzunehmen. Der Typ, Alter. Vor allen Dingen, das ist das eine Mal, dass ich die Pistole instant getappt habe, ne? Und das ist, wenn ich dem ins Gesicht schieße, dem hilflosen Typen, Alter. Dann denkt sich Russ so, let's go! Es tat ein bisschen weh, aber wir kommen drüber weg. Me talking, me talking about how hard it is to eliminate the middle class. Mein Yarak wird von deiner Mutter getragen. Altes. Oh, Scientist, 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 Scientist. Oh, gedomt, Digga, gedomt. Oh, er lebt noch, er lebt noch. Er ist tot. Hat er was gedroppt? Nichts. Warte, ich gucke kurz, ob irgendwas von ihm gelangt. Wenn I die, fuck it, I wanna go to hell. Wenn I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. Wenn I die, fuck it, I wanna get, I wanna... When I die, fuck it, I wanna go to hell. Homie been depressed, but now I'm happy like Pharrell. I might pull up to the spot, rolling deeper than Adele. With the bars so wavy, think I'm speaking in the shell. Was a senior till the bell gave me freedom from monotony. Now the only thing I do is kick it like a soccer team. Expert when it comes to ending friendships like... ... ...